Was genau ist Network Marketing und ist das überhaupt legal und seriös? Das war die Anfrage eines unserer Abonnenten an mich, darüber einfach mal ein Video zu produzieren und dem komme ich heute gerne nach. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und ich arbeite auch als Berater und Trainer für Unternehmen, die im Network tätig sind. Deshalb kann ich dir auch aus dem Innenleben heraus genau sagen, wie es funktioniert und worauf du achten solltest, wenn du ein Network Marketing Unternehmen gründen möchtest. Am leichtesten lässt sich Network Marketing oder Multilevel Marketing, wie es auch genannt wird, verstehen, wenn man Franchise verstanden hat. Denn im Franchise ist es so, dass es einen Franchise-Geber gibt, Franchiser mit OR hinten genannt und der erteilt Lizenzen an Franchise-Nehmer, damit sie ein Unternehmen aufbauen können. Das bedeutet also, wenn McDonald als Franchise-Geber einem Lizenzgeber in München oder Berlin die Lizenz gibt, dann kann der das Geschäft genauso betreiben, wie es der Franchise-Geber mit seinem Pilotprojekt getan wird. Und der Franchise-Nehmer ist selbstständig tätig, aber natürlich in einem Lizenzvertrag eingebunden, was ihm viele Vorteile auf der einen Seite verschafft, denn er muss sich um die Produkte, um den Namenslogo, um den Auftritt, um die Mitarbeiterbewerbung, all diese ganzen täglichen Dinge nicht mehr kümmern, sondern er guckt in seinem Franchise-Handbuch nach und da steht alles drin. Als Gegenleistung dafür gibt er dann Teile von den Umsätzen ab oder bestellt dann seine Ware dort oder tritt sogar in eine Werbegemeinschaft rein, weil alle einen gemeinsamen Marktauftritt haben. Und genauso ist es auch im Multilevel oder Network-Marketing. Es gibt also ein Mutterunternehmen und die erteilt Vertriebspartnernummern oder Lizenzen und dort kann man als Lizenznehmer dann das Geschäft in der Markenunion weiter betreiben. Also im ersten Schritt ist das genau das Gleiche wie im Franchising, nur dass hier die Lizenzen oder die Eintrittsgebühren deutlich geringer sind. Während man also für eine McDonald-Lizenz mehrere hunderttausend bis Millionen Euro in die Hand nehmen muss, um dann eine Lizenz zu bekommen und sein Unternehmen zu starten, gibt es im Network-Marketing in der Regel Einstiegsgebühren unter 100 Euro. Aber es gibt noch einen wichtigen Unterschied, denn beim Franchise ist es so, dass wenn du beispielsweise für München dir die Lizenz kaufst und dein Freund in Hamburg möchte auch eine Filiale öffnen, dann kannst du diese Lizenz nicht weiterverkaufen. Das heißt, die gesamte Lizenzvergabe ist immer beim Franchise-Geber, beim Mutterunternehmen. Und eine Weiterempfehlung, die du gibst, die nutzt dir in der Regel nicht viel. In der Regel hast du dann einen Mitbewerber an den Markt gebracht. Im Network-Marketing ist es aber so, wenn du eine Lizenz hast und du startest in München und du hast einen Bruder in Hamburg, dann kannst du weitere Unterlizenzen verteilen. Und du bist dann genauso wie das Mutterunternehmen als Franchise-Geber beteiligt umsatzmäßig an dem Geschäft des Lizenznehmers, den du in das Geschäft gebracht hast. Auf der anderen Seite wird aber dann von dir auch erwartet, dass du die gesamte Unterstützung und die Ausbildung auch übernimmst für deinen Lizenznehmer, den du in das Geschäft gebracht hast. Und das ist einer der größten Probleme, die diese Branche im Network-Marketing vorhanden ist. Viele bringen andere neue Lizenznehmer ins Geschäft und hoffen nun, dass diese Person denen reich macht. Aber von nichts kommt nichts. Das wusste schon die alte Großmutter. Sondern deine Lizenzpartner werden natürlich nur erfolgreich, wenn du sie wirklich unterstützt und wenn die auch bereit sind, den Preis zu bezahlen. Nämlich Zeit und Geld zu investieren in den Ausbau und den Erfolg des Unternehmens. Sicherlich gibt es schwarze Schafe im Network-Marketing. Und die erkennst du auch daran, dass die viel zu hohe Eintrittsgebühren nehmen oder beispielsweise dir Produkte verkaufen im gleichen großen Warenlager, wo du noch gar nicht die Fähigkeiten und noch gar nicht den Absatzmarkt hast, die zu veräußern. Auch sind schwarze Schafe im Network-Marketing vorhanden, wenn es gar keine Produkte gibt, sondern irgendwelche Rechte, wenn es anfängt, eine Art Glücksspiel zu haben, wo dann der Gesetzgeber sagt, im unlauteren Wettbewerbsgesetz, das ist ein Pyramidensystem oder ein Schneewahlsystem. Also wo Produkte entweder immer teurer werden oder wo Lizenzen und Kosten bezahlt werden müssen und der Kunde dieses Geld nie bezahlt hätte, wenn er nur das Produkt gekauft hätte. Das heißt, viele illegale Systeme kennzeichnen sich dadurch aus, dass Menschen etwas kaufen, um das Geschäft zu machen und das Produkt in Wirklichkeit gar nicht brauchen und auch sonst nicht gekauft hätten. Genauso aber gibt es auch schwarze Schafe im Franchise. Auch im Franchise-System gibt es Franchise-Geber, die dir eine Lizenz verkaufen wollen, aber selbst gar keinen erfolgreichen Prototypen leiten. Das heißt also, hier wird Geld verdient mit dem Verkauf von Lizenzen. Und das haben beide Systeme gemeinsam. Beide versuchen, Dumme zu finden, die hohe Einschicksgebühren bezahlen. Dann, nachdem sie das Geld bezahlt haben, lässt man sie sich selbst und sucht die nächsten Dummen, der wieder eine Einschicksgebühr bezahlt. Und da gibt es glücklicherweise Vorsorgemaßnahmen. Es gibt also Franchise-Verbände. Es gibt die Möglichkeiten, Unternehmer, die schon länger dabei arbeiten, zu besichtigen bei seriösen Unternehmen. Die kannst du befragen. Du kannst in die Firmen reingehen. Du kannst dir die Schecks und die Umsatzzahlen zeigen lassen, um dann zu wissen, ist das wirklich ein seriöses Unternehmen. Zusammengefasst ist beides ein gutes System, wenn das Produkt dahinter und das System sauber ist und du Menschen hast, die dich unterstützen. Für wen ist nur Network Marketing oder auch Franchise geeignet? Denn Franchise ist vor allen Dingen für die geeignet, die nicht ganz so kreativ sind, die sich nicht ständig Gedanken machen wollen, wie sie Unternehmen weiterentwickeln. Denn das macht die Franchise-Zentrale. Einen Franchise-Nehmer als Gründer kriegt ein komplettes Handbuch und muss das einfach nur abarbeiten und hoffen, dass die Mutter recht hatte und dass die Mutter-Zentrale auch weiterhin Marktveränderungen mitbekommt und rechtzeitig das System anpasst, damit alle Filialen auch weiterleben können. Beim Network, das ist natürlich super gut geeignet, wenn man entweder im Nebenerwerb starten will und sich um so etwas wie Produktentwicklung, um Logistik und um Marktauftritt, um Markenpositionierung nicht kümmern möchte. Denn als Network-Marketer, da kümmert sich man nur um den Aufbau von Kundenbeziehungen, um die Betreuung von Kundenbeziehungen. Man kümmert sich nur um das Gewinnen von Geschäftspartnern, deren Ausbildung. Das ist alles. Das heißt, die gesamten anderen Unternehmensbereiche, wie Forschung und Entwicklung, wie Produktlager, Versand und die gesamte Buchhaltung und Abrechnung, das alles wird beim Network-Marketing-Unternehmen von der Zentrale übernommen. Man ist also ein kleiner Unternehmer, so eine Art Para-Unternehmer, also kein echter Unternehmer, der alles im Kopf hat, aber man kann hier wunderbar seine Soft-Skills trainieren, sein Beziehungsnetzwerk aufbauen, um dann später vielleicht ein echtes Unternehmen aufzubauen, auf Grundlage der gemachten Erfahrung und auf Grundlage der Netzwerke, die man bis dahin aufgebaut hat. Das Gute ist übrigens auch, beide Arten der Unternehmensstrukturen erhalten Fördermittel. Also wenn du als Franchise-Nehmer starten willst, kriegst du genauso Kredite und Fördermittel, sowohl beim Arbeitsamt als auch bei den Förderbanken, wie als Networker. Und deshalb können wir dir auch dabei Rat und Tat geben, wir können dich unterstützen bei der Antragstellung für Fördermittel, wenn du in einem dieser Systeme dich selbstständig machen willst. Gerne kannst du dazu unser kostenfreies Erstgespräch nutzen, denn wir beraten bundesweit Unternehmer und Gründer dabei. Gerne kannst du unseren Kanal aber auch abonnieren oder jetzt einfach Daumen hoch machen bei dem Video. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50 bis 100 Prozent. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.